Wo hast du dich gespürt? Was hast du denn gesagt? Ja, ich bin ganz kurz davor schon. Aber wo im Körper hast du das Wort? Ja, zuerst die Hand und dann schon den ganzen Körper. Jetzt ist es im ganzen System. Wunderbar, oder? Wunderbar, oder? Für alles ist sofort im System. Also je nachdem, wo dein Körper nicht präsent ist, wo er seine Schwäche hat, komme ich leichter durch. Das heißt, zuerst bin ich einfach im Bauch eingegangen. Dann blieb das Herz, dann den Kopf und dann zum Schluss, wenn du dich fühlst. So bin ich einfach durch das System rein. Spann noch mal ganz fest an. Kannst du sagen, was du genau anfokussierst? Fokussieren? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, ich meine ... Die einzige, die ist es denn? Hm. Oh, genau. Bisher auch. Was war das jetzt? Haare, das war jetzt interessant, das war jetzt gar nicht probiert. Haare? Ja, das war der einzige. So, bye bye. Die Mentale. Okay. Sehr gut. Ah ja. Entschuldige. Das war klar. Und jetzt gehen wir komplett mit dem Körper durch? Mhm. Für die war es auch so. Ja. 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 Vielen Dank.